Was geht ab ihr Geistchen? Willkommen zurück zu der neuen Folge Trouble in Terrorist Town mit allen. Jay ist ein Arsch. Hol dir ne Waffe, Braben. Schneller, schneller. Du hast aber Glück gehabt, Mensch. Hallo! Wow, okay. Wie bin ich denn hier oder gefallen? Ich musste da raus, Staker. Hätte ich Eiskel, das weggespart hat. Boah, Alter. Kurz hatte ich Angst. Hast du deine Bärenfalle hingelegt? Nein, sie habe ich gerade nicht. Ne, habe ich nicht. Okay. Na komm, wir haben einen Tag. Komm durch die Tür. Komm durch die Tür. Weißt du noch nie, ob ich so glücklich bin, dass wir zusammen hier rumtanzen? Das ist gar nicht da. Aber bisher hast du noch nicht viel gemacht, das ist okay. Natürlich bin ich da oben. Was soll ich noch da unten? Du bist half far away. Wolltest du was machen? Sepp ist es. Ich wollte nicht sterben. Bram auch. Ne, 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 ne. Dalu ist es. Ich habe überhaupt nichts getan. Du hast auf mich geschossen. Ja, weil da gerade einer erschossen war auf dem Dach. Sepp ist auf dem Dach. Ne. Und ich werde trotzdem besnipe von seinem Maid. Oben auf dem Dach ist Sepp, ich gebe mir Mühe. Mühe hast du dir nicht gegeben. Christian oder Sepp sind es nur. Oh shit. Und Peter. Gehts auch noch. Oh ja. Lol. Der hat sich gar nicht seit mir geheilt, Alter. Peter, is it. Hab ihn. Er wird explodieren. Vorsicht. Aber er kommt nur, er kommt nur wieder. Er hat ne Melon. Ne Melon? Was hast du? Was hast du? Peter. Jetzt wurde ich auch noch gehitten von dem Random Damage. Ach ficken. Abram, lebst du noch? Ich lebe noch. Okay. Peter lebt auch wieder. Hast du ein Radar, Peter? Oh, hier oben ist einer. Komm ich da hoch. Oh Gott, du tötet. Oh Gott. Oh, der mit dem letzten Schuss. Oh, der mit dem letzten Schuss. Ach egal, gewonnen. Frauen wirklich glücklich werden können mit Jonathan. Warum? Normalerweise sagt man ja, Frauen wollen, dass man denen zuhört. Weißt du? Warum soll ich Sepp callen, dass der auf mich schießt, wenn ich Traitor bin? Echt mal Christian, freust du mich mal nicht. Sepp ist es noch und Christian. Fand ich aber ganz nett, hat ein bisschen Verwirrung hoffentlich reingebracht. Random Damage hat gerade für den entscheidenden Ausgleich gesucht. Ja, der hat den echt abbekommen. Wer hat den abgekriegt? Bram. Ne, auch danach nochmal Bram. Im letzten... Naja, weil der nochmal wiederbelebt wurde. Ja, weil mich mein Traitor-Mate gekehlt hat. Ja, ich wusste nicht, dass du hochrennst. Und ich wollte Bram unbedingt machen. Und dann... Ja... Die Lämmen, die macht halt alles weg. Aber ich hatte ja... Wir hatten ja beide... Ich bin hier nicht, Jay. Ne, ne, ich bin hier nicht. Okay. Ich bin unsichtbar, du kannst mich nicht sehen. Oh, jetzt wäre ich fast runtergefahren. Über mir ist gerade ein Schatten geflogen. Ich glaube, auf dem Dach ist einer. Oh, oh. Das synchrone Oh, oh. Wären wir gleich geported. Ich glaube... Keine Ahnung. Ja, echte geile Waffe. Ich habe keinen Diegelschuss gehört. Oh! Was ist da los? Mini Bram. Alles gut. Oh, shit. Oh, shit. Warum wurde der Slowmo angemacht? Hat sich einer verklinkt oder nicht? Wir können einfach an einer vorbeilaufen. Ich musste hier raus. Ich wollte da weg, weil da gibt es keine Waffen. Ich habe nur noch die scheiß Entfüll. Ne, Waffe ist schon okay. Ich bin nur hier raus. Ich hänge fest. War das hier jemand unterwegs? Sepp Sniper. Ich bin nicht unsichtbar, Sepp. Er ist klein, glaube ich. Ich glaube, du siehst keinen unsichtbaren, sondern einen Mini-Furz. Ne, der macht immer dieses unsichtbare Ding. Ne, ich mache kein unsichtbare Ding. Ja, hier, ich höre es auch. Hier unter mir. Ich mache das immer. Ich hänge fest. Dann helfen wir ihm. Hänge fest, Peter. Wo bist denn du, Peter? Hier unter uns jetzt. Warte. Hopp. Irgendwo hier. Hier. Ne, irgendjemand ist da mir vorbeigelaufen. Wir müssen da rein. Achso, du siehst das gar nicht. Ne, ich kann hier nicht durchgucken. Ich hänge hinter. Oh, ich werde beschossen. Was war das? Was ist denn das? Shuriken? Oder Fein? Eier, was denn nicht? Da ist jemand gestorben. Hier ist auch noch wer abgekackt. Da ist jemand runtergefallen, gerade von dieser Brücke oder so. An dem Zug vorbei. Ich habe keine Disco. Achso, du warst der Dringer. Dann haben wir da Golden Deagle weggemacht. Ok, Sepp steht immer noch da drauf. Oh, Danu ist hier unten. Oh Gott, geh weg. Ich habe Danu nen Headshot verpasst. Nice. Nice. Ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass der halt war. Weil Sepp dich nicht genau unter dir. Das ist korrekt. Ich bin Jackal, Bram ist T. Da kommt aber noch ein Zug. Wie Bram ist T. Von wem? Du bist Traitor. Das stimmt nicht. Doch, ich bin Jackal. Das ist trotzdem gelogen. Ist es nicht? Haben wir auf mich geschossen? Ja. Ja, natürlich. Bram ist Traitor? Ich kann den nicht treffen. Der ist so klein. Oh Scheiße. Ich habe gar keine Muni mehr. Ist das eigentlich dumm? Was ist das? Warum stirbst du nicht? Warum macht ihr beide nichts gegeneinander? Oh, endlich, Alter. Achtung. Jetzt habe ich ihn gemacht. Oh Gott, der könnte jetzt kommen. Nee, ist schon zu spät. Okay. Bram war es doch. Ja, das ist Heimskristo. Den nehme ich mir. Ah, schön hier. Lebt er wieder? Wer denn? Bram? Ja. Oh, der schießt auch nicht. Komm, jetzt fahr doch um, Alter. Alter, was ist denn für eine Rotzwaffe? Nu Battle, Alter. Das ist doch... Das geht doch gar nicht klar hier, äh. Das du immer noch erlebst, Alter. Erlebt noch mal. Ja, das ist doch hier alles komisch, äh. Das ist alles Rickman. Ja, das ist alles Rickman, oder? Alan Rickman. Hallo, du musst bei mir bleiben, mein Jackal-Freund. Oh, der ist bei dir! Nein, der ist schon wieder bei dir. Was hat der denn mit dir? Der ist bei dir. Der ist bei dir. Der war drei-, viermal wiederkommen, easygoing. Jay, was hast du gemacht? Jay, was hab ich gemacht? Du hast minus 13 Punkte bekommen. Plus 13 bei mir. Plus 13. Okay, bei mir steht minus 14 und total minus 13. Stimmt. Deswegen hab ich mich gefragt so, was hast du denn mit dir gemacht? Ich hab Bram getötet, weil ich Sidekick war. Ich war halt der Traitor. Ah, ja, weil du deinen Traitor theoretisch getötet hast. Ah. Wahrscheinlich ist das dann so... Aber dürfte auf deine Punkte doch keine Ausdruck, also keine Mega-Druck ausdrucken. Die minus 13 Punkte, also, ja. Dass ich dann 13 doch hab, trotz minus 13 wär heftig. Dalu mich richtig schön, wie deiner scheiß Lobo abgeschossen wäre. Ja, damit du nicht direkt rumschreißt. Oh, ihr habt zum Mittwoch dann alles schönes gekauft. Ah, Christian! Alter, ich hab... Sepp ist auf jeden Fall Traitor. Ich hab... Ich hab... Ich hab mir ne Crova auf dich gehauen und du ballerst mich einfach... Ja, du ballerst mich einfach... Ich hab mir ne Crova auf dich gehauen und du ballerst mich einfach weg, Alter. Das ist ne Überreaktion... Nur battle! Das ist ne Überreaktions-J-Style. Ja, komm, macht doch... Nein, das ist ne Falle, ihr Wichser! Oh, Sache, seid euch! Das hab ich nicht mitbekommen. Ich bin tot, ihr Wichser. Oben lebt doch der Traitor. Ja! Wer ist der Traitor? So, dann ist der Zepp! Oh, schade, Zepp! Oh, schade, Zepp! Wo bist du denn gestorben? Jaaa! Das ist ne lange Geschichte, Zepp! Zepp, ich hab so viel dazu überleben! Mann, ey, ich hab die Scheißpfanne nicht mitbekommen! Wann wird die denn wieder angestellt, ey? Ja, weil du wieder die zugehört hast! Als wir gesagt haben, hey, wir haben... Ja, Christian, du hast auch nie zu! Ja, aber nicht so wie du! Also dann... Gegen... Vergleich zu dir? Das mag sein! Aber der tötet Christian nicht dauernd! Ne, die Witches, das ist nicht scheiße! Ja, doch wahrscheinlich schon, das fällt bei mir wahrscheinlich nicht so auf! So, ich bin Priester Amaterasu! Hey! Ich glaub, ich werd springen! Peter hat mich für Pisse beworfen! Die Chance, dass ich sterbe, ist hoch! Das ist Peter... War schön mit dir! Was ist denn jetzt? Warte, warte, warte! Oh, nein! Warte! Achso, Leute, du bist... AAAAAAAH! Du hast doch meine Pisse nicht zu schätzen, weil das find ich bitter! Ich kann nicht sterben, das ist echt traurig! Ich würd dich echt dafür gerne abfallen! Ich kann nicht sterben! Wieso kannst du nicht sterben? Ich bin unbesiegbar! Ja, darf ich auf dich schießen einmal? Ja, dann schieß ich zurück! So wie du gerade! Ne, du hast gesagt... Er hat mich eingeschossen! Ne, ne, mit der Crowe hab ich ihn nur gehauen, ey! Hinter dir ist wer! Boah, Alter! Peter hat seinen Jarate weggeworfen, damit er was kaufen kann! Was ist denn das hier? Ja! Da zweifle ich an Dalu Card! Was ist denn das hier? Richtig nicht! Hast du noch deinen Jarate? Dann zeig ihn mal, Peter! Ne, ich hab das auf Dalu geworfen, aber nicht um mir was zu kaufen! Wolltest du einen Dalu töten? Um zu töten! Ne, ich wollte ihn einfach mit Pisse bewerben! Und was macht man als innocenter mit Jarate? Den Traitor bewerfen und den One-Shotten! Ja, ich weiß aber nicht wer der Traitor ist! Aber das wird ja sich noch rausstellen! Ja, wenn ich dann im Feuergefecht bin, hab ich auf jeden Fall noch Zeit zu scrollen! Oh, ist Thomas aus dem Haus! Ab oben auf dem Dach! Ne, aus dem Haus kam das, oder? Wie wichtig? Das kam doch aus dem Haus da! Hey, Peter! Nein, Bram! Hier, Jay hat das abgesteuert! Der liegt doch hier oben! Pass auf! Nee, der liegt wirklich hier oben! Ich hab den getötet! Aber Peter steht da mit irgendwas! Ja, dann confirm den doch! Ja, dann tu mal die Sniper-Refelder weg, meine kleine Bitch! Okay, jetzt ist sie abgeknallt, Peter! Das bin ich von dir, du Arsch! Ja! Weil du bist es doch! Hinter dir fliegt was! Er ist tot! Du auch? Wer ist tot? Ja, er ist Kassi! Jeder oder Bram? Beide sind tot! Bram hat Peter erschossen! Die beide sind tot! Und ich hab Bram erschossen! Und der lebt natürlich wieder! Seine Leiche hätte hier hinten gelegen! Hier liegt auch... Hier siehst du seine Waffe! Ja, das müsste Jay sein! Achso! Christian oder Zepp ist also noch der andere! Okay, Christian! Christian, geh mal ein Stück hier weg! Ja, Christian, geh mal ein Stück weg! Oh, oh, oh! Beide sehen mich, ey! Ja, ich seh dich! Aber ich bin die ganze Zeit schon hier! Ja, ja, ja! Mach dir mal! Einer von euch beiden ist es auf jeden Fall! Gibt der noch mindestens zwei? Ja, einer ist Bram und einer ist... Einer ist... Ihr ändert ja nichts, außer ihr seid beide in einem Team! Aber einer von euch beiden ist es zu 100 Prozent! Ja, aber vielleicht gibt's ja noch drei Teams! Also vielleicht gibt's ja noch die... Ja, einer von euch beiden ist zu 100 Prozent! Der, den man abschießen sollte! Einer ist hinten! Interesting! Das Problem ist, wir... Da liegt eigentlich Brams! Nein, nein, müssen wir nicht! Weil es gibt ja zwei Trader! Brammen ist einer! Ja, aber der andere wird sich ja nicht offenbaren! Da liegt aber noch ein Toter! Ja, musst du ja nicht! Wenn du inno bist, knallst du Zepp ab! Da liegt noch ein Toter! Was ist das denn? Weil einer von euch beiden Trader ist! Hallo! Da liegt noch eine Leiche! Vielleicht ist da noch ein Trader tot! Ja, dann konfirmen wir immer! Ja, genau! Wer soll das denn sein? Weiß ich nicht! Brams Leiche ist doch verschwunden! Oder Dalu hat gelabert! Kann doch nicht! Ja, das weiß ich nicht! Wenn ist er vom Dach gefallen! Dann geh ich jetzt nach unten gucken! Weil ich hab ihn angeschossen, die Leiche lag nicht oben! Die Waffen lagen oben und oben lag Blut! So! Deine Leiche ist bestimmt runtergefallen! Und dann ist es immer noch einer von euch! Surprise! Ja, und du? Irgendwie... Nein, Bram ist wirklich tot! Christian, lass dich nicht belabern! Ja, lasst euch mal nicht belabern! Das ist Bram! Tada! So! Und jetzt seid ihr beide dran! Einer von euch beiden ist straight! Okay! Dann warten wir einfach! Okay! Dann warten wir einfach! Anstatt der Eno die Chance nutzt! Warum nutzt denn der Eno nicht die Chance und knallt den anderen ab? Aber warum... Du weißt doch dann auch, dass der was ist! Warum schießt du ja nicht auf den? Aber wer denn von euch beiden ist es denn? Ja! Das müsst ihr mehr sein! Genau! Und deswegen müsst ihr schießen! Moment! Das Problem... Ich heiße auch Sam! Ich hab seine Identität! Der... Also ich glaub Sam ist... Ja, der Sam ist da unten auf dem Gras! Ja! Und du bist oben! Ich hab auch... Ja! Arsch! Warum sollte er nicht schießen? Ihr seid ja nicht im selben Team! Weiß ich nicht! Wieso weißt du das nicht? Ja, weil Bram auf einmal tot ist! Weil ich ihn erschossen hab! Als ob! Du hast ihn... Und dann wurde er doch wiederbelebt, oder nicht? Ja! Ich hab keinen Spider! Die war sogar confirmed! Die war sogar confirmed! Die ist dann confirmed worden! Aber das ist nicht ganz schön lange gedauert! Das stimmt! Das hab ich auch so lange wirklich rausgezögert! Weil ich Bram auf dem Dach erschossen hatte! Und er lag... Und dann hast du gesagt, die Leiche ist verschwunden! Also... Ja! Ja! Das war alles... Alles... Böse! Erstmal den Random-Damage Kastchen! Ja, da tut mir leid, Bram! Wieso hab ich 79 Damage bekommen? Äh... Nur noch 79 Leben! Ich bin einfach nur über die Dinger hier gelaufen! Gerade bei Random-Damage! Nee, die hat Bram ja bekommen! Willst mich verarschen! Kann man schon... Kann man noch... Kann man noch mal Random-Damage hab ich gekriegt! Ja! Bah! Boah, Gott! Der war eklig! Boah, wieder Jarate! Eine Flashbang ist schon geschmissen worden! Wer hat denn Jarate gehabt? Wieso bewirfst du mich mit Kacka? Ja, irgendjemand muss dich treffen und du standst gerade... Weil... Weil... Weil Dalu ist das direkt bis jetzt... Ja natürlich! Es gibt keinen Grund... Oh, ich aber... Noll! Da fällt einfach... Wer war das denn? Das kam von hinten rechts von den Containern! Der ist getötet worden von irgendwem! Von dem Fass! Von dir! Von dem Braben! Wahrscheinlich im Braben! Nee, nee! Peter, pass auf! Hinter dir steht noch Jay! Der steht ganz hinten durch! Naja! Das war innocent! Ja! Und... Ich war das nicht! Sondern... Du da hinten warst das! Du hast ne Diegel! Ich bin Ninja! Ich hab keine Diegel! Ja, was bist du denn für ne Klasse! Deine Zurufsbezeichnung! Ich bin Betrüger! Deswegen hab ich grad die Flashbang geworfen! Ich bin ein Elf! Ich hab Spitzung! Hast du ne Flashbang geworfen? Hab ich die Flashbang geworfen! Kann jemand anders bestätigen? Wow! Weiß ich nicht! Ja, du kannst bestätigen, dass ich die Flashbang geworfen hab! Äh, ich kann bestätigen, dass ne Flashbang geworden wurf! Was? Geworfen wurf? Geworfen wurde! Dalu wird hier ganz außer sich! Da kann ich mal mehr reden! Was ist das? Oh, da ist Thomas! Thomas ist das! Wo kommt der da? Achtung! Durch den Zug! Das ist Brams Höhe! Safe! Bram war die ganze Zeit oben oben da! Ich bin unten! Ja! Da! Also erst machst du Sepp weg! Jetzt versuchst du halt auf mich zu schieben! So nicht! Ziemlich sicher! Jay is it! Hundertprozentig! Hab ich grade geschossen! Ne! Den Thomas nicht! Aber du hast auf jeden Fall eventuell auf den anderen geschossen! Weil da lief noch ein zweiter! Auf jeden Fall! Eventuell! Und auf jeden Fall auf Sepp gemacht! Bram ist oben in der mittleren Etage! Naja, ich bin ziemlich sicher! Oh, Bram ist bei mir! Okay, Bram! Schießt jetzt auf mich? Nein, ich bin das nicht! Wie gesagt, Sepp ist von Jay gemacht worden! Jetzt bist du ja der Kollege von Bram! Hundertprozentig! Der ist fast runtergefallen! Das sah ziemlich lustig aus! Oh, oh, oh! Okay, schießt du gegen irgendjemanden? Gegen wen spielst du? Hast du gewonnen? Verloren? Wird's nicht nach Christian dann so wieder... ...reden ist? Doch, doch! Ich bin gar nicht deiner Nähe! Das ist ja typisch, dass ich... Christian, ich schieß jetzt alle ab! Sound! Oh Gott! Ja, ist gerade einer vor mir dafür gemacht worden! Christian, du Arsch! Du bist doch! Ja, der kann nicht so weit schießen! Aber das war ich nicht bei dir, oder? Leider auch nicht! Oh, schön runtergespielt, Jungs! Also ihr beiden hundertprozentig erwartet beide nicht, ja? Jay und Bram! Wer hat den Sepp gekillt? Christian! Oh, okay! Und zwar habe ich danach noch dreimal auf Jay geschossen, der dann nicht mitbekommen hat! Habe ich auch nicht! Habe ich auch nicht! Habe ich auch gesehen! Habe ich auch nicht mitbekommen! Das kam von Bram! Das kam von mir! Der hat getroffen, Sepp war tot! Und danach war einfach nur noch... Das Fass, was Sepp getroffen hat, kam von mir! Das lag genau vor ihm! Ich hätte auch die Chance gerade genutzt! Keiner hat es genutzt! Aber da war ne Scheibe davor! Das ist so geil gewesen! Das ist so random gewesen! Es lag halt perfekt! Mach mal böse, ja! Mach mal nochmal! Und? Ist da jemand was bekommen? Ne, diesmal hat keiner was! Oh! Berufsjäger! Warte mal, ich bin Berufsjäger! Du bist Berufsjäger! Ich bin Jäger! Ich hab ne Aprune und ne Bärenfalle! Ich bin auch Jäger! Bei mir steht nur Kopfgeld davor! Peter, der Kopfgelieger! Peter, der Windknubbel! Bist du so? Biff! Wenn Leute aufs Dach gehen, würde ich aufpassen! Ist egal! Ich hab direkt ne Bärenfalle! Okay, okay! Aufschiebt! Ich komm wieder, Peter! Keine Frage! Keine Frage! Wo war das nochmal her? Der Pink Panther! Pink Panther! Ich bin Pink Panther! Ich helfe euch! Wer ist denn der Böse deiner Meinung nach? Ja, wir können das am Ende noch regeln! Ich find, wer sich diesmal richtig wie Spisches verhält... Wer is'n das? Is... Ja? Sag mal! Moment, ich muss noch gucken wie er auf dich ist! Ist das ein guter oder ist das ein böse? Christian ist ja ein böse, würd' ich sagen! Also nein! Ne! Christian ist ein guter! Okay okay! Christian, du bist ein guter, nimm ihn! Sperr! Ja, ja, aber wir sind... Ja, Dalu ist auch ein guter Christian. Ich muss doch erst noch wissen, wer der Böse ist. Ihr wollt Dalu ist auch ein Böser? Nein, Dalu ist ein Böse. Ich warte doch noch auf Peterskollen, wer der Böse ist. Ja, ich überlege doch. Ich seh keine Leute. Was hältst du von Zemp? Zemp ist auf jeden Fall suspicious. Okay. Zemp schießt auf mich, ihr habt's gesehen. Ich muss beschossen sein. Das ist ja super. Also ne, nicht super, aber ist okay. Ja, hast du weggemacht, Dalu. Ich bin mir noch nicht sicher. Der ist tot. Warte, ich überprüfe kurz. Wie komme ich denn hier runter, ohne Damage zu kriegen? Ich bin mir ziemlich sicher, dass der leider... Weh, du tödest mich jetzt, Dalu. Was ist los? Was soll das, Christian? Weiß ich nicht. Christian, der Zug kommt. Nein, Thomas ist Böse. Was macht ihr da oben für Quatsch? Was macht ihr da oben für Quatsch? Dalu war echt Schakal. Alles super. Der Zug kommt. Von wem kam der Zug denn? Ja, von Dalu. Ey. Bist du sicher? Ja, der war Schakal. Der hat den daneben gesehen. Im Nahkampf. Na, Nahkampf war es nicht. Dalu und ich hatten so einen guten Rapport. Ja, das war schön. Ja, aber Sepp hat den aufgelöst. Wie Sepp hat den aufgelöst. Was ist denn mit Bram? Habe ich den wieder nicht mitbekommen, seit der schon längst tot ist? Da haben wir ja auch nicht mitbekommen. Ey, Peter, suchst du mich eigentlich? Ich habe hier gerade einen gesehen und jetzt sehe ich hier keinen mehr. Das finde ich suspicious. Peter, bist du Trailer? Der ist im Zug. Der ist im Zug. Der ist im Zug, okay. Der ist im Zug, okay. Der Zug kommt. True, true, motherfucker. Aber das ist eine gute Idee. Naja. Er ist in die mittlere Etage gelaufen, glaube ich. Nee. Hören würde ich es aber nicht. Nee, nee, ich bin es nicht. Und ich finde... Ich bin Inno. Hast du ihn gesehen? Nö. Auf, wen schießt du denn da? Ja, war ein Fass. Oh oh. Okay, der ist am Ende der Züge, am Ende der Map am rumlaufen. Ist halt so Ficker. Wo ist er denn? Keine Ahnung. Sechs Minuten habe ich Zeit, jetzt hier den Running Jade zu machen. Gegenteil, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bing, bing, bing! Hast du ihn gesehen? Du musst dich ganz schnell wegspingen, ey. Nee. Nee, der ist nicht mehr Spons. Bing, bing, bing! Wir brauchen mehr Infos, wo der ist. Bing, bing, bing! Wir brauchen mehr Infos, wo der ist. Bing, 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 bing! Aber wieso wurdest du mir im Studio angezeigt? Wie geht das denn? Bing, 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 bing! Oh, scheiße. Da kam Thomas. Das ist eine Lüge. Doch. Der ist draußen an den Zügen. Ach, sehr schön. Wo ist jetzt fucking Peter? Immer noch nicht gesehen. Wo bist du denn? Ich habe dich aber auch ehrlich gesagt noch nicht gesehen. Obwohl ich die ganze Zeit versuche. Ey, ich glaube, er wirklich die ganze Zeit rum. Ich camp ja nicht. Wirst du mit dem Fahrstuhl, Peter? Bin ich nicht. Scheiße, du warst nicht da unten. Nein, du warst unten. Du bist runter mit dem Fahrstuhl gefeichert. Nice. Christian, wie hast du mich eigentlich gekillt? Schade. Also, ich lag unter dem Kampf zwischen dir und Dalu. Darunter in einem Raum bin ich einfach gefehlt worden von dir. Ah, ich habe eine Lämmen geworfen. Ah. Christian, tüffel mich. Dreh mich so um. Wie ist das denn jetzt passiert? Ich habe eine Lämmen geworfen, die war leider ein bisschen zu kurz. Weil das Scheißding fliegt ja nicht so weit. Okay. Na gut. Dalu hat auf jeden Fall gewonnen mit 31 Pünktchen. Wir bedanken uns viermals für's Zuschauen. Und hopp rein. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschüss.